Hallo, mein Name ist Timo Bredöf und ich bin Kontrollraumberater. Come On, was ist das? Der Come On ist der größte Kongress für Kontrollraumtechnik und Monitoringsysteme und findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Besuchen Sie uns vom 19. bis zum 21. September in Bremen. Interessante Vorträge rund um den Kontrollraum warten auf Sie und lassen auch weit über den Tellerrand hinaus blicken. Zum Beispiel den Vortrag vom Höhlenmenschen zum Cyborg, die digitale Transformation 2.0. Und nach diesem Vortrag haben Sie sogar die Möglichkeit, sich einen kleinen Chip unter die Haut implantieren zu lassen. Und was Sie damit für Möglichkeiten später haben, lassen Sie sich überraschen. Der Dr. Patrick Kramer, seines Zeichens ist er Biohacker. Der hat prognostiziert, dass unsere Gehirne irgendwann in kollektive Clouds eingebunden werden und unsere Sprache, also die menschliche Sprache, überflüssig machen. Sehr, sehr interessant. Der zweite Vortrag, den wir Ihnen sehr nahe legen, ist ein Vortrag von mir. Hier geht es um den Kontrollraum im Jahre 2025. Ich werde Ihnen das Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Fachkräftemangel nahe bringen, worauf Sie sich einstellen können und was Sie für eine Vorbereitung treffen können. Oder der Vortrag Crashkommunikation. Warum Piloten versagen und warum im Kontrollraum Fehler gemacht werden. Denn 80% unserer Kunden haben festgestellt, dass einige Störungen erst durch falsches Kommunizieren mehr Schaden angerichtet haben. Und 80% unserer Kunden möchten gerne eine bessere Kommunikation im Kontrollraum schaffen. Also wenn auch Sie zu diesen 80% gehören, wenn auch Sie zu denjenigen gehören, die es präventiv nicht zu größeren Katastrophen kommen lassen möchten, dann ist der Vortrag Crashkommunikation im Kontrollraum genau der richtige für Sie. Ein echter Pilot hält diesen Vortrag, denn sein Buch Crashkommunikation ist der richtige Branchenklassiker. Er weiß, worum es geht und er hat die Erfahrung aus dem Flugzeug und dem Tower in den Kontrollraum adaptiert. Sein Name ist Peter Brandl. Und wenn genau das Ihr Thema ist, dann verpassen Sie nicht das ganztägige Seminar Crashkommunikation von Peter Brandl am Vortag des Common Kongresses. Melden Sie sich jetzt an, noch sind einige Plätze frei. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf Sie, Ihr Timo Brede hilft.